Hallo Leute, das hier ist ein ganz schnelles Video, da ich jetzt schon zwei, drei Anfang gekriegt habe, wie man denn in YouTube Snake spielen kann in den Videos, möchte ich euch ganz schnell einmal zeigen, und zwar ist das wirklich sehr, sehr einfach, jetzt schreibt man ja hin auf ICQ, und zwar ist es sehr, sehr einfach, indem ihr einfach euch ein Video aufruft, ich habe jetzt hier meinen Kanal einmal, und ihr einfach auf Abspielen drückt, dann könnt ihr ein, zwei Sekunden das Video abspielen lassen, sobald er denn will. So, dann drückt ihr auf Pause, und alles was ihr dann machen müsst, ist die Pfeiltaste oben und links gleichzeitig gedrückt halten, also einmal gleichzeitig drücken, zack, und schon kommt das Snake hier ins Video, und ihr könnt spielen, natürlich funktioniert das, wie man das kennt von Snake, wenn ich jetzt den treffe, sammeln wir das ein bisschen ein, und wenn ihr verlieren solltet, dann passiert folgendes, die Schlange verschwindet, und ihr könnt den ganzen Kram nochmal neu machen, das heißt, wieder auf Play, auf Pause, beide Tasten drückt halten, oder einmal kurz drücken, und schon kommt die Schlange wieder, und ihr könnt weiterspielen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage, viel Spaß, und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.